Wir wissen alles, Sie wissen nichts und wir wissen alles über die Zukunft. Ob Geburt, ob Tod, ob Teufel, ob Hochzeit, ob Sie noch Ihren Seelenpartner bekommen und das alles wissen wir für Ihr gutes Geld. Und heute habe ich eine außergewöhnliche Überraschung für Sie. Nach langen Bemühen ist es mir gelungen, die weltberühmte Hellseherin Frieda Herzlieb für unsere Sendung zu gewinnen. Und jetzt kommt sie. Ich werde sie jetzt rufen. Frieda Herzlieb, seien Sie willkommen. Kommen Sie in unsere Sendung. Frieda Herzlieb, ich bin sehr erfreut, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, in unsere Sendung zu kommen. Ich freue mich ebenso. Wie war nochmal Ihr Name? Aveta Inanna. Frau Inanna. Ich begrüße Sie ebenfalls. Und wollen Sie ablegen? Ich lege erst mal ab hier. Hübsches Outfit. Nicht wahr? Ja. Extra für Ihre Sendung. Sehr schön. Sehr elegant. Wir sind ja hier, um in die Zukunft zu sehen. Ja. Und da habe ich natürlich das Allerwichtigste mitgebracht heute zu deinem... Sie verraten uns dann noch, was das... Aber natürlich, ich habe gehofft, dass Sie mich das fragen. Das ist meine allerneueste Erfindung, der Äther-Verstärker. Nein. Zu erwerben auf meiner später eingeblendeten Website. Und nun kommen wir... Ach, Moment. Etwas ist noch ganz wichtig im Vorfeld. Moment. Was tun Sie da jetzt? Frau Herzlieb, was tun Sie da jetzt? Das ist mein selbstentwickeltes Geisterspray. Wenn hier böse Geister herrschen, kann ich nicht arbeiten. Es sieht... Moment. Nein, es sieht sehr gut aus. Ach, das freut mich aber. Es klappt wunderbar. Auch dieses Spray erhältlich auf meiner später eingeblendeten Website. Aber nun, zum Wichtigsten natürlich, weshalb Sie mich eingeladen haben heute. Und da ist sie. Hier ist unsere Zukunft. Sie hat wunderschöne, wunderschöne Kristallkugel. Ja, sie hat mir schon sehr gute Dienste geleistet. So, Frau Herzlieb, setzen Sie sich. Wir sind alle schon so gespannt, was das Jahr 2014 für uns bringen wird. So. So, Kamera läuft noch nicht, nein? Nein, aber es ist gut. Ein bisschen herrlich. Weiß Sie? Ja, doch. Alles. Ja, doch. Dann werden Sie viele Kunden bekommen. Gut, Sie können dann jetzt die Kamera anmachen. Frau Herzlieb. Brauchen Sie noch irgendetwas, bevor Sie loslegen? Gut, dass Sie fragen. Ich benötige für meine Weisssagen immer das Wasser der Weisheit. Was haben Sie denn da? Ach, wie gut, dass ich vorbereitet bin. Warten Sie ab. Warten Sie ab, was Sie jetzt bekommen. Also, wir fragen, ich frage jetzt, lieber Rosé oder Wasser der Weisheit in Klar? In Klar. In Klar. Wunderbar. Wegen der Klarheit. Jawohl. Gut, dann gebe ich Ihnen erst mal das Wasser der Weisheit. Dann. Ja, das reicht schon? Das reicht. Das reicht schon. Ich nehme dann ein bisschen mehr, damit ich auch sehr klar bin. Sehr gut. Nun lassen Sie uns beginnen. Ja. Die Weisssagen für das Jahr 2014. Gut. Liebe Zuschauer, jetzt beginnt es. Die erste Weisssagung für den Januar 2014. Frau Herzlieb. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist kaputt. Ich kann gar nichts sehen. 2014 ist, liegt völlig im Dunkeln. Oh Gott. Frau Herzlieb, das kann doch nicht sein. Doch. Ich kann nichts sehen. Komm, mir Angst. Frau Herzlieb. Oh Gott. Frau Herzlieb. Ja. Vielleicht liegt das an Ihrer Brille. Vielen Dank. Ach, Frau Inanna, ich glaube es nicht. Haben Sie es hier schön in Ihrem Studio. Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das erfreut mich. Ach. 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 Gut. Liebe Zuschauer. Frau Herzlieb. Nun gut. Wir beginnen jetzt nochmal. Januar 2014. Ich sehe Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Eine Entdeckung. Es wird, es wird das Schneehorn-Schnabeltier gefunden. Es scheint eine Verwandt mit dem letzten Einhorn zu sein. Oh Gott. Diese Entdeckung wird Mecklenburg-Vorpommern aus seinem Haushaltsdefizit erlösen. Ach. Das ist ja wunderbar. Großartiges für Meckpommern. Wunderbar, Frau Herzlieb. Noch etwas? Sonst beginnen wir jetzt. Mehr konnte ich nicht sehen. Ja. Dann beginnen wir jetzt. Februar 2014. Februar 2014. Ich sehe, eine neue Sekte wird es hervorbringen. Die Sekte mit dem Namen, mit dem Namen, ich, ich putze für mein Leben gern. Oh Gott. Ich putze für mein Leben gern. Und sie wird Millionen von Anhängern gewinnen. Frau Herzlieb, heißt die Sekte wirklich so? Schauen Sie mal noch mal. Das kann ja gar nicht sein. Doch. Millionen von Anhängern. Oh, das ist ja ganz schrecklich. Äh, kommen wir mal lieber zum März. Vielleicht sagt uns der März etwas Besseres. März 2013. Nein. Oh, Moment, Moment. März 2014 meine ich natürlich. Von März 2013 wollen wir gar nicht mehr sprechen. Nein. März 2014. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Ich sehe blau. Blau. Ich sehe blau. Facebook. Oh mein Gott. Facebook. Die Seite wird geschlossen. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Millionen von Menschen sind auf der Suche nach einem neuen Sinn des Lebens. Sie, oh Gott. Und nun, was, was kommt dann? Ja. Die Pharmaindustrie ist im Aufwind. Millionen werden mit neuen Medikamenten versorgt. Oh Gott. Das ist nun mal wirklich eine schlimme Prognose. Aber nicht Facebook. Bitte nicht. Meine liebe Frau Inala, ich kann Ihnen nur weiß sagen, was ich sehe. Ich werde ein Ritual machen, dass Facebook nicht geschlossen wird. Okay. Gut, dass wir das wissen. Jetzt. April 2014. Moment, ich brauche noch ein bisschen Wasser. Ja, ja. Ja, die Weisheit. Ich brauche noch etwas. Oh, herzlich, bitte. Danke. Nach diesen Nachrichten brauche ich auch was. Ja, ich merke, wie die Weisheit mich wieder durchdringt. Wir waren jetzt bei April 2014. Ich sehe Wälder. Ich sehe, ja, ein Name Bob. Ich weiß nicht, sagt uns der Name etwas? Ja, ich sehe viele, viele Menschen. Was steht da? Was sehe ich? Ich sehe Treffen der Dschungelbewohner. Oh Gott, und da steht dort zehn Jahre, kann das sein, zehnjähriges Treffen im Dschungelcamp. Nein. Oh Gott. Zehn Jahre. Und nun, was geschieht? Es geschieht, ein Meteorit, ein Meteorit fällt nieder auf das Dschungelcamp. Oh Gott. Nein. Die Bildzeitung, die Bildzeitung wird zerstört. Es gibt keinen Z-Promi mehr. Ja, die Bildzeitung weiß nicht mehr, was sie schreiben soll. Oh Gott. Wir müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Eindeutig. Frau Herzlin. Mein Gott. Es gibt nicht mehr das Dschungelcamp. Gott, welch eine Bereicherung für die Menschheit. Okay, das habe ich jetzt, haben Sie nicht gehört. Okay, Bier? Wollen Sie, sehen Sie denn noch irgendwas für den April, vielleicht? Sehe ich noch etwas für den April. Nein. Nein. Reicht, das ist schon Schreckliches genug. Ja. Wir gehen lieber zum nächsten Monat über. Ja, zum Monat Mai. Ich hoffe, Sie sagen mir etwas für die jungen Verliebten heraus, hervor. Ja. Oh, das war nicht gut. Oh Gott, anscheinend ist das wieder eine schlimme Vorhersahme. Mai 2014. Ich sehe Schnee fällt. Oh mein Gott. Was tun die Leute? Ich schaue. Mein Gott, das ist die Temperatur. Was zeigt sie uns? Minus 30 Grad. Im Mai. Im Mai. Minus 30 Grad. Und? Nein. Die Schlittschuhe sind ausverkauft. Nein. Oh, das einzige Vergnügen, was die Menschen haben, es wird ihnen genommen. Oh nein. Und was? Und die Nasen. Nein. Die Nasen laufen. Es gibt keine Taschentücher mehr. Und der Nasentropfschutz. Nein, er ist noch nicht erfunden. Nein, ich sehe niemanden. Oh Gott. Was soll das Jahr uns noch bringen? Und wir sind erst im Mai. So gehen wir schnell. Zum Juni. Endlich muss doch mal was Gutes kommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wir schauen. Juni 2014. Juni 2014. Frau Merkel ist weg. Was? Ich kann sie nicht mehr sehen. Oh mein Gott, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ich, ich, ich verliere, ich verliere die Verbindung. Ich verliere die Verbindung zum Eter. Oh mein Gott. Oh Gott. Was kann ich tun? Ihr hier, ihr Eter. Ja, ja, genau. Das müssen wir jetzt sehen. Oh wo? Frau Merkel hier entschwinden wird. Jetzt gehe ich nach unten. So. Hier unten ist der... Ja. Die Verbindung zum Eter steht. Die Verbindung zum Eter. Untertitelung des ZDF, 2020